Moin Meister, welcome back zu einem neuen Rust Video. Bis geht ein alter russischer Cobra Veteran aus Ark und meine Wenigkeit haben sich heute entschlossen ein bisschen auf Malzweiser zu spielen. Gestern wurde gewiped, die ersten großen Basen stehen und heute unser Motto, es wird nicht gefarmt. Alles was wir machen, werden wir uns erkämpfen. Schauen wir also uns erstmal die Map an. Bandit Camp, Airfield, Launch Site, Satellite, Dich, alles nebeneinander. Das schreit nach einer geilen Position und nach einer Menge Camp. Normalerweise baue ich immer in der Nähe von der Launch Site, aber zu zweit macht das wahrscheinlich wenig Sinn. Also haben wir uns entschieden, westlich vom Bandit Camp zwischen Airfield und Bandit Camp zu bauen. Damit steht erstmal die Base. Jetzt heißt es, eine Party erstellen und den Kollegen Biscuit einladen. Nachdem die Gruppe steht, müssen wir uns erstmal den Nachbarn vorstellen. Und umbauen wir ihn wieder. Du kannst das erste rauskommen. Atom 2. Ich kann nur 5. Ich kann nur 5. Ich habe ihn mit ihm geschlossenen. Ich habe ihn mit ihm geschlossenen. Ich habe ihn mit ihm geschlossenen. Der Nachbar hat uns ein paar Komponente vorbeigebracht, aber wir brauchen ein paar mehr, also ab geht's, paar Fässer kloppen. Unterwegs noch ein bisschen Metall und Stein einsammeln. Jetzt nur noch das gesamte gesammelte Zeug im Bandit Camp grinden. Somit haben wir auch alles für die erste Workbench zusammen und dann ab nach Hause. Somit ist die Base fürs erste Mal fertig. Für uns ist es wichtig, jetzt eine Semi zu bekommen. Semi sind super günstig und damit tötet man super einfach Leute. Eine absolut starke Waffe für alle Rust-Neueinsteiger empfehle ich, diese Waffe zu leeren. Wir haben beschlossen, zu jedem Schuss, den wir hören, hinzulaufen und versuchen, die Gegner zu töten und die Waffen abzunehmen. Ein Teil des bisherigen Scraps haben wir benutzt, um uns eine M9-Pistole zu kaufen. Auf dem Weg nach Hause kam mir doch jemand entgegen. Oh, Pomo, gib mir. Hier hatte ich das Glück. Der Gegner dachte, ich habe keine Waffe und in der Nähe des Bandit Camps wollte er nicht schießen, denn er wollte sein ganzes Zeug grinden, was aber jetzt uns gehört. Der Revolver nebenbei auch eine der wichtigsten Waffen für den Anfang. Den kann man in der ersten Workbench bauen, kostet nur ein Pipe, ein bisschen Stoff und Metall und mit ein paar gezielten Headshots machst du ordentlich Schaden. Ein Zuschauer, mit dem ich damals mal auf einem anderen Server gespielt habe, wurde heute Nacht offline geradet und hat sich uns angeschlossen. Da wir jetzt zu dritt waren, haben wir wirklich jede Möglichkeit benutzt, um an neue Waffen zu kommen. Ob es ein Versuch ist zu Counter-Raden, ob wir in AK-Schüsse reinlaufen oder andere Sachen. Immerhin können wir ja außer einem Revolver und ein paar Bögen nichts verlieren. Wir müssen die Semi. Wir müssen die Semi. Wie viele? da rite see i see he's crossing he don't see us yeah shoot 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 he don't see us 2 hits 2 hits 1-2 hits last one 2 hits 2 hits 2 hits 2 hits Die mitlinnen, die mitlinnen. How many, how many, how many? Ich habe einen von ihnen getötet. Da wstüche, 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 wstüche. Gezdania, den Hasnod. Ich habe eine Briefe. Da wstüche, 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 wstüche. Ja, wstüche, wstüche. Da wstüche, 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 wstüche. Wstüche, das ist ein Revolver. Ah, den Weg geht, komm hier. Two Zimis hier, easy kills. No, no, they don´t, easy. Papal, one low of them, hit it once, they´re fighting. One dead, I can kill other one, I can kill other one. They killed, they killed. Come here, come here. I don´t know if you have enough. Two people in the middle, they´re looting now. Three people, three people. Yeah, yeah, I see. Go back, go back, go back girls. Four people on the right side in the hangar also. Come on, give me a push, push, push me, push me, push me, push me. Stay, 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 biscuit, biscuit. Rampo me still, so you´m not pretty good. I need wood. Much a bit nice. One, one crossing. Do you see him? In the middle of the field, kill him, template. He is crouching. Oh, come to, come to, come to, come to. tch ttttttttttt 1, 1, 1, 2, 1 Headshot, headshot, headshot Main-Building, Main-Building, 1 HP, Pass-Mod-Headshot, A-Push, Tom-Dwarf, Tom-Dwarf, Sakhandegrainer, A-Push, Taco, A-Push, Tom-Dwarf, Tom-Dwarf, Para-Overf追 Ag Aye, Speicher 3, Putsch me, Putsch me, Putsch me, Putsch me, Putsch me, Putsch me, Hier.. Ich habe einen B-Skit vorbeige. Hatshot. 2 zu Hause. Ah, mein Gott, wirklich, fuck. Dion! Geh Geh Puppe, 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 Hitte! Go, go, kill him! Go, 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 go! Push, 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 push! He's running. He's running. Go, go, shoot, 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 shoot! Shoot, 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 shoot! That is uberschwer. It's hard to speak in three different languages. Here is one guy where I am with P2. Yeah, go. I got treasure. Hey, 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 hey! Hello, hello, hey, hey! Happen, hit, 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 hit! I hit, I hit! Oh, he's dead, 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 dead! Loot him, loot him. Can you loot? Come, 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 run, run back, run back, run back, run back, run back. He's behind you, run, run, run! He's naked. Run! Yeah, yeah, buy pistols. No, no, buy a pistol. No, no, go back to the base first. Nizu, 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 nizu. Yeah, okay, okay. One pistol there. Hit, 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 hit. Loot is in me, loot is in me. He is dead. I know. One dead there. He has one HP, he has one HP. Where is any guy? He is dead. He is dead. Yeah, go back. Pistol down. Loot a pistol. Got up. I have, I have, I have him. I have two Revos, one double bear. How many people dead? Hit him, hit him. One dead. Hotneck. I push him, I push him. In front of me. Dead, dead, dead. Double headshot. I don't see, I don't see. Oh, full. Loot more, loot more. I can't loot everything. Template. I have full set. I have full set. I have full set. Behind me. One dead, one dead. SMG, M2G super low. Where is SMG? He is dead, he is dead, he is dead. Loot him. Yeah, I have SMG. Loot full body, full body. I get shot, I loot, I loot him. Sorry, help Zoe. I bring stuff back. Auch wenn es etwas gedauert hat und mehrere Anläufe gebraucht hat, haben wir es geschafft. Wir haben eine Semi erobert und dazu gleich auch noch eine Thompson. Erstes Ziel ist erfüllt, das nächste ist AK. Und ob und wie wir eine AK bekommen, das seht ihr in der nächsten Folge. Und was war es? Hier ist der Semi. Die Kさ der Semi. Die Kさ der Semi, dann kommt es fest. Ich hab die Maschine dann auch noch nie. Dann kommt es mal ganz aus. So auch die Maschine. Die Maschine in der Semi. Die Maschine.